Tobi? Ja. Wie viel brauchst du für dein nächstes Level? 16. 16? Ja. Brauch noch 400. Welches Level? Ich brauche jetzt noch ungefähr 160. Okay. Wie viel brauchst du insgesamt? 2025. Okay, dann sind wir gleich. Oder auch nicht. Warum hast du jetzt... Hä? Warum kriege ich jetzt wieder keine Erfahrung mehr? Ja, weil du den Ding in der Milch. Ich kriege wieder keine Erfahrung mehr. Was ist das hier? Kannst du sammeln? Ich kriege schon wieder keine Erfahrung. Kann ich dann damit craften? Nein, nicht unbedingt. Nee. Sonst kann man immer noch craften. In jedem Spiel kann man craften. Erzähl ich dich selber auf die letzte, kriege ich Erfahrung. Warum? Warum haben wir denn alle die gleiche Frau? Haben wir nicht. Warum haben wir denn die gleiche Frau? Wir haben immer noch andere Haare. Nein, es sind auch andere Charakterklassen. Ja, was bist du denn? Ich bin ein Alien. Ich denke, das ist es. Ja, das auch. Machen wir aber nur, wenn wir die gleiche Story haben. Wir können auch übrigens mal... reingehen da, ne? Oder was? Ja, erstens das und zweitens äh... unsere Rüstung mal aufwerten. Wo? Indem wir eine Post holen, ne? Genau. Wo holen wir denn eine Post? An der Poststation. Ah, okay. Wer hätte es gedacht. Hier ist die Poststation. Oben. Hier oben. Folg mir! Und jetzt? Ja, kannst du die Post lösen. Ja, kannst du die Post lösen. Dann kriegst du dann Rüstung. Entweder imperial oder republikanisch. Aha. Und jetzt? Was ist denn jetzt hier für ein Bug? Man muss ja jetzt nehmen. Kannst du beides in den Inventar tun. Hab ich schon. Ja, kannst ja aussuchen. Entweder republikanisch oder imperial. Wobei ich imperial bevorzuge. Wo soll ich das hin tun? Da machst du einen Rechtsklick drauf. Mhm. Dann alles nehmen. Ja hab ich. Ja. Das kannst du jetzt mit Rechtsklick jeweils auf Dinger anziehen. Cool. Du willst imperiale Rüstung haben, ja? Ja. Okay. Okay. Aber ich blende meinen Kopfslot wieder aus. Kann man auch sterben wenn man hier runter springt? Nicht direkt. Wieso? Wie komm ich jetzt? Hä? Aha. Kopfslot aus. Was ist ein Laserschwert? Das ist doch kein Laserschwert hier oder? Nein, noch nicht. Kommst du noch? Duuuhh, 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 duuuhh. Ich wollt auch, wenn ihr Sieger seid. Gehen wir mal hier rein. Jetzt Sekunde. Jetzt. Kann man die Farbe nicht ändern von euch? Inwiefern? Ja, dass die Namen andere Farben haben. Nö, oh. Was Grünes? Ah, meins. Kriegt er echt was Grünes. Und, was ist es? Ein Klinger. Oh, schön. Attacke! Ja! Robin, folge uns! Ja, sehr gut. Morinate! Wir waren einfach da Metzeln zu dritt hier. Wir haben ja die Art nur zu zweit gespielt auf Very Hard. Und war es Very Hard? Ja, nee. Zu zweit auf jeden Fall nicht. Ich muss jetzt immer nur auf 1 drücken. Nein. Du kannst auch auf 2 drücken, jetzt schon. Oder auf 3. Ja, dann mach 3. Dann springst du nämlich genauso wie wir da so nach vorne so. Ja! Das hat ja nicht geklappt. Hä? Und jetzt? Was muss ich jetzt hier machen? Plätzl. Ja, hab ich ja. Hose. Hast du eine Hose? Jo. Oh. Krass. Voll. Schon zu spät. Erstmal ausprobieren mit der 2 hier. Das geht gar nicht. Das macht er nicht. Du musst auch mal eins auswählen. Ja mach ich doch die ganze Zeit. Draufklicken. Nein, tust du nicht. Die 2 kannst du nur dann benutzen, wenn du vorher was anderes benutzt hast. Ja. Nimm da auch wieder. Hä? Wie wenn ich vorher was anderes benutzt hab? Eine andere Attacke. Die 1 oder die 3. Macht der nicht. Geht nicht. Ist kaputt. Attacke! Boah, Tobi ist schon auf Level 4? Bin ich? Wo steht mal Level 3? Wo steht mal Level 3? Wo steht mal Level 3? Mark! Hau doch auf die rauf hier! Jetzt bekomme ich wieder keine Erfahrung. Ich hab was bekommen. Mach doch da auf der Ding auf! Wo seid ihr? Jetzt seid ihr ja schon total unterwegs. Nix! Lass mich raten Tobi, das ist nur Reserve an. Nein. Warum levelst du dann so schnell? Weiß ich doch nicht. Hey. Flabbert! Gehen wir weiter? Ich musste gerade mal dem Robben helfen. Wieso sind wir eigentlich so blöd Tobi? Warum? Wir hätten doch unseren alten Charakter nehmen können. Jetzt Krieger und jetzt mit Robin in die Instanzen gehen können. Ach ja. Attacke! Ich luchte den einfach mal hier. Jaja, ist unkerwürdig. Luchten und leveln! Ich hab ne neue Hose gekriegt. Dann zieh die an. Ist sie denn besser? Straßengammaschen. Wo sehe ich denn, was ich für ne Rüstung anhabe? Auf C. Auf C. Auf C. Sieht aus wie so ein Affe ey. Kommt, dann gehen wir mal weiter. Hier ist ja noch Loot. Da, 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 da. Du kannst den Kopfslot auch ausblenden, Robin. Musst du dir aber kaufen. Welchen Kopfslot? Welchen Kopfslot? Dass du keinen Helm an hast. Das musst du kaufen. Nein, muss man nicht. Geh mal auf C. Ja. Wo hast du das für deine gesamten Leute gekauft, Chris? Die Kopfslot ausblenden geht auch ohne. Wirklich. Ja, wie denn? Also, C. Ja. Und da müsstest du auf, da, das Erscheinungsbild anpassen. Das ist, wo du die Stiefel hast. Etwas weiter unten rechts. Ja. Da drauf klicken. Ja. Und dann steht da so ein, du kannst ein Kästchen auf so einem Kopfslot ausblenden. Ne, wo ich Kartellmünzen habe. Echt? Ja. Mach ich doch. Ich habe aber noch nie zuvor Kartellmünzen gehabt. Soviel seitdem, bevor ich das mit Tobi angefangen habe zu spielen. Ja. Weiter? Oder? Ja. Jetzt gehen wir weiter. Einer fehlt da noch. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Oh, ich habe noch meine Handschuhe. Er fährt leichte Richtung auf Stufe 5. Vorfaller. Wir retten durch. Brauchen wir gar nicht. Sind wir hier runter? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, drück mal M, dann weißt du das. Ja. Nein, wissen wir nicht. M, wie lang. Wie lang. Wie lang. M wie Karte. Sollen wir jetzt mit Robin in die Instanz gehen? Oder in seine eigene? Eigene, ne? Ja. Ja. Okay, dann. Was? Wie seine eigene? Go! Einfach in die grüne Treue reingehen. Da musst du dann alleine ohne uns klarkommen. Bin doch kurz zur Zeit. Wie? Alter Driole? Droine? Was ist das? Oh, Dialog. Weiter runter gehen. Und dann kommst du in den Dialog. Und dann kommst du in den Dialog. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.